Niemand glaubt, dass ich auch nur so einfach bin. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter. Und als Kinder habe ich Sachen gebaut, erfunden. Leider haben diese Sachen immer Geräusche gemacht. Zum Beispiel dieses. Das führen wir den Leuten jetzt erstmal kurz vorher. Neu, 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 neu. Es könnte etwas lauter reagieren. Orangernak. LEU, NIEU, 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 NIEU. Ich wollte ein Akkordieren. Mit Kass und schwanz und weiß. Ich wollte auch sie nie machen, so wild und schnell man heißt. Ich fragte meine Eltern, Tage, Wochen lang, sie sagten, dafür gibt es kein Geld, verklaut wird uns bei, das macht nur dann. Kader, 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 Kader. Ich hat mein Wasserachfunden, mein Spielzeug und am Rott, zum kleinen Rassammachle, mein Hecking und Mord. Es hatte viele Knöpfe, mal lustig anzuschauen, als ich gestanden wollte, da ich es angehau. Und zwar mit Doi Doi Doi. Aber wir haben das Lied am Anfang woanders gesteht. In Flirt. Kennt ihr Flirt? Und die Kinder in Flirt. Die Flirt sind auch Kinder. Und die Kinder in Flirt, die können das Lied nicht nur singen, die können sogar lachen und zu klatschen. Das machen wir jetzt auch mal. Und... Und die Kinder in Flirt. und stinkt und ihre Hand zu teuer, Hör mal, wie mir ausklingt das Kuhl-Däum. Ah, da haben wir zusammen das Leben noch mal anders gespielt. Und zwar in Erlangen. Kennt ihr Erlangen? Ja, und die Kinder in Erlangen, die können das Leben nicht nur sehen und klatschen, die können sogar noch zu starten. Aber das ist mir ein Glück und recht, glaube ich, auch. Und sing jetzt auch zu starten. Und! Ich wollte ein Liedchen singen mit einer Melodie. Und bei einem kleinen Text dazu, zum Beispiel Trinkie, Trinkie, ich sage es meinen Freunden vor und meinen Eltern auch. Das hat zum Beispiel komisch an. Sie hilft uns durch den Bauch bei Daui 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 Dau Und um sich selber drehen. Das kannst du, das ist gut. Aber Gott sei Dank. Ja, ich auch so ein bisschen. Ich wohne für Sprintland. Kinder, ihr auf der Stufe müsst ein bisschen aufpassen. Siehnen, klatschen, stampfen und drehen. Oh je, ich hoffe, ich gehe nicht ziehen. Und... ... 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